Okay, hier nehme ich jetzt mal doch lieber jeden einzelnen. Boah, Alter, wo geht denn das hin? Können wir jetzt abstürzen, ne? Naja, ich kürze halt doch ein bisschen ab. Oh je, jetzt wird's knappe Kacke, du. Ich möchte... ...bitte nicht abstürzen. Ich hoffe, ich bin richtig hier. Egal, die Punkte sind jetzt echt egal. Ach, nein! Hier oben, na klar! Wo kommt der? Gottverdammte Scheiße! Boah, was kommt denn hier hinten schon wieder? Ich will nicht runterfallen, danke! Wer kommt denn hier noch? Muss das jetzt sein, ja? Muss es sein? Hallo? Danke! Na endlich, die fucking letzte! Wo muss ich denn überhaupt hin? Dort. Wenn wir das jetzt verschissen hätten, ne? Dann hätte ich's hier sagen können... Dann hätte ich's hier sagen können... Boah, wo geht denn das hier hin? Toll! Ach, das ist ne Leiter! Boah, wenn wir Blau jetzt nochmal brauchen, ne? Aber dann... Aber dann... Oh, nein! Boah, Mann! Guck mal an, jetzt hätte ich gerade noch die Gelegenheit gehabt, Blau zu benutzen. So, was hat der da gelassen? Guck mal an! Wie viele Käfige haben wir? Sechs. Okay. Das ist okay. Sechs ist okay. So viel Blau in einem Level, das ist nicht schön. Wuuuuch! Natürlich! Pastor! Pastor! Mann! Ich gebe es offen und ehrlich zu, mein Ziel ist es eigentlich, das Spiel heute durchzuspielen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie weit ich jetzt schon bin und ob ich das überhaupt schaffen kann. Könnte. So, wo muss ich denn jetzt damit hin? Mit unserer Kunden. Oh nein! Nein! What?! Ich gehe, glaube ich, erst mal da rüber. Ich gehe, glaube ich, erst mal da rüber. Oh nein! Was? Du bist doch echt zu dämlich zum Scheißen. Am Ende steigt jetzt nur noch die Lava da unten. Na, da würde ich aber lachen. Wehe wenn. Wehe wenn. Wehe wenn. Wehe wenn. Ich gehe noch. Oh. 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 Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. Ja, komm erst mal her du. Wieso kommt denn der nicht her? Boah. Boah. Oh. 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 Die kommt sicherlich auch nicht runter wenn ich jetzt hier unten bin. Ne natürlich nicht. Oh. Oh. Na schön. Schön. Oh. Ich gehe davon in der Stachen kriege ich auch noch behindert. Schaden. Komm. Komm dann lass die. Lass die Scheiße jetzt nicht. Okay. Ich sehe ein. Ich muss dieses Ding töten. Ich muss es töten. Ist natürlich nicht so schön ne. Besonders nicht mit unserer Live-Energy. Oh. Oh. Mal. Einmal haben wir. Ob das unser Lebenssinn ist auch schon wieder halb runter. Scheiße. Scheiße. Hm. Ich habe es hier schon zweimal getroffen und viermal müssen wir glaube ich. Viermal oder fünfmal. Drei Mal Vier Mal Ein Mal noch, komm Erstmal die falsche Richtung gedreht, super Das war knapp Aber wir haben sie vier Mal getroffen Das ist ein guter Anfang Scheiße Wir haben nur noch weniger als ein Drittel unserer Lebensenergie Scheiße Diese behinderte Kamera jetzt noch Ach so Dann müssen wir diesen dämlichen Ballon noch treffen Um an das bisschen Lebensenergie zu kommen Na super Und die Kamera regt mich zum Glück auch nicht auf Na super, ich nehme an, dass wir dieses blaue Teil müssen Okay und jetzt Beeilung Komm her Noch ein Käfig Den müssen wir jetzt in dem Level noch finden Mach mal, mach mal los Ein paar viele Punkte eingesteckt da Boah, ich muss mich mal irgendwie kurz Der Stuhl ist auch viel zu weit hin So Dann eben nicht Oh nein Was denn jetzt schon da hier Wobei, guck mal Da unten stehen Sparbüchsen Da hole ich mich schnell nochmal das Rot Hochkommen dürfen wir nochmal Eigentlich Scheiße Na ist auch egal Ist nur eine 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 oder zwei Scheiße Egal Echt so viel blau in dem Level Das ist nicht nur Nicht so schön Kamera Dankeschön Dankeschön Gute Wobei Sattel Gute Gute ZEGG Sattel Oh was was are you fucking kidding me ich komm's gleich nochmal angucken oh schön schön nochmal gleich mal ein Foto schade geht leider nicht verdammt hab ich jetzt noch ein Bock da drauf und noch ein Bock sorry das immer mal solche Pausen drin sind da ich guck immer mal nach ob die Zeit noch angezeigt also ob noch aufgenommen wird was neu wo kommt denn auf einmal die Lava her bitte sieht man doch so viel hier Meisendreck machst du einmal Scheisendreck wirst du besser hinter dir weg wenigstens muss ich nicht alle behinderten Ballons nehmen Scheiße Moment wir können uns doch hier mal schnell und eben na dann hau ab Spaß ich brauche hier eh keiner okay jetzt wird's langsam jetzt wird's scheiße langsam wie hoch ist denn das Teil hier noch scheiße ich verpasse hier alle Ballons Mist Mist Scheiße verdammt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020